Die BVB könnte auf SID fragt, wie im Bild am Sonntag, zitiert werden. Wir waren uns von der Untersuchung eines Staatsanwalts über die Privatsphäre von Nico Schulz nicht bewusst. 1. D. Essenz, Neymar, Gala und Messi Fallerholung, PSG, Bale, Clermont, Offshore. Bundesliga-Top-Up entweder in BVB, Süde anscheinend am 1. vor 28-06 um 13 Uhr und 25 Minuten. Klopp sauerte zu zeichnen, ich bin mit Bestrafung zufrieden. Nach dem Übertragungsangriff die Bundesliga ausschalten, BVB sucht Kunden für Schulz und Co. 24-06 um 11 Uhr und 52 Minuten.